Freunde was geht ab? Herzlich willkommen wieder zurück in Roblox und heute sind wir hier irgendwo im Nirgendwo, nämlich im Krankenhaus eingesperrt. Wir sind gerade vorhin aufgestanden und ich einfach so in meinen Augenblick, ich bin einfach lieber in Krankenhaus, das geht hier ab. Aber ich glaube wir müssen hier irgendwie raus, weil ich bin jetzt schon wieder gesund. Ich war hier Dings am liegen, ich bin so aufgestanden, ich dachte mir so, hä, bin ich hier und dann habe ich das so gesehen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt Bock hier auf den Dings hier. Ich weiß jetzt nicht, was hier machen soll, aber ich glaube wir müssen hier raus. Der Doktor is gone, mate, pull that lever, leave there. Okay, hä, was ist das denn hier? Wo kann ich hier raus? Hä, sind wir hier gefangen? Oh mein Gott, warte, wir müssen hier glaube ich was finden. Warte, hä? Was? So, jetzt kann man. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, was hat das denn? Alter, ich will jetzt nicht mehr weiter sterben, sag ich ehrlich. Ansonsten Das ist hier gar nicht gut. So, okay, wir haben den ersten Dings geschafft, sehr nice. Den zweiten Jackpot und sichern wir uns. Bam, bam. Jackboy natürlich aus dem Jackpot. So, okay. Das haben wir auch noch geschafft, das war noch ein bisschen easy. Och Gott, ey, ich kann nicht mal springen, oder was? Hey, wo hab ich denn das angefasst? Keine Ahnung. Das war ein Jackpot. Oh nein, 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 ich will nicht den Sollen runterfallen. Alter, jetzt irgendwelche Sollen, oh mein Gott. Ich glaube, da merkte ich schon, um was es hier geht. Nämlich, wir müssen aus dem Krankenhaus flüchten, aber so schaffen wir es niemals. Nämlich, der Doktor ist wirklich richtig böse. Also, schaut, was er uns hier angemacht hat, Digga. Das ist gar nicht gut. Bam. Ey, ich rach's gleich aus, ne? Das ist doch unmöglich, oder bin ich einfach schlecht den Escapes? Das ist ein ganzes Parcours. Das haben wir geschafft, Gott sei Dank. Jetzt aber ich hier durch, zack. Alter, okay, wir müssen hier wirklich... Nein, ey, Junge. Also wirklich, was ist denn mit mir los, denn so schlecht gewordenen Parcours? Ich hab so lange kein Hobby und Parcours und so weiter mehr gespielt, hier in Roblox. Seit ich hier... Ich hab nur Brookhaven-Videos und so aufgenommen, Alter. Gar keine Dings-Videos. Aber komm, wir müssen jetzt hier raus unbedingt, Junge. Wir sind hier irgendwo, im Nirgendwo. Einfach so. Das ist auch schon sehr creepy, was wir sagen. Hier mitten im... So ein Kreis, oder... Nee, das ist eigentlich so ein... So, okay. Das ist doch sehr easy, muss man sagen. Okay, das ist doch sehr easy. Okay, das ist nice. So, okay, wir haben jetzt hier weitergesucht. Zack. Das ist auch nicht unbedingt so schwierig, wie so die anderen. Zack. Okay, easy, easy. Sehr, sehr nice. Okay, was hat geschmeckt? Looks like we can only go down. Ja, will ich auch sagen, let's go down. Schaut, geil, ganz Dings-Krass. Alter, oh mein Gott, ich bin hier richtig tief irgendwo. Was ist das denn? Wie sieht man bei den Knochen reingehen? Zack. Das ist verstorbenen Knochen von den ganzen Leuten. Ey, das... Dieses Krankenhaus ist wirklich sehr, sehr schlimm, ne? Und wir können jetzt wieder hochgehen, let's go. Okay, komm, wir gehen direkt hoch. Aber da sage ich ehrlich, ich habe gar keinen Bock hier. Wir müssen jetzt nicht unbedingt entkommen. Okay, okay, was habe ich mit ZLU paid? Will make you feel like fast. Ach, ich verstehe, ich verstehe. Oh, so gut. Bam. 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 Okay, fast drei vielleicht. Fast drei. Und wir haben es geschafft, fast drei. Digga, es ist sehr stark. Oh, ich dachte schon, Junge. Ich dachte schon, jetzt am Ende werde ich hier. Okay, direkt Elevator back to the surface. Okay, so und jetzt? Hä? Ist ich schon angekommen? Ach ja, ich kriege Stifte. So, ich muss eigentlich hier gehen. Hä? Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, was ist das denn? Ich fahr hier richtig runter. Alter, was war das denn? Also du bist mir nicht gestorben. Das war schon sehr, sehr jackpothaft, muss ich sagen. Das war noch nicht so easy. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, muss man sagen. Zack. Ja, ganz easy noch. Zack. Oh, zack. Zack, zack. Zack. Oh nein. Genau die letzten zwei. Das war so perfekt, oder? Die letzten zwei habe ich richtig hier verkackt. Okay, das ist gar nicht gut so. Komm, wir werden jetzt hier den... Dings, den Doktor hier zeigen, wer der Chef hier ist. Wir werden hier entkommen, Alter. Der denkt auch hier mit seinen ganzen faulen Tricks. Können wir hier nicht entkommen? So, zeigen wir das hier. So. Okay, Alter, okay. Das ist schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Hier hoch zu klettern, ist jetzt nicht das Einfachste. Wobei, doch eigentlich schon. Ach, der Doktor, der kann ja eh nichts, der Arzt. So. Bzw. Das ist der Doktor. Okay, oh mein Gott, jetzt... Aber ich kenne so einen Trick in Roblox. Dann ist es das hier. Hä? Bin ich lost? Warte, warte, warte. Mein Karsten hat einen Trick erkennen. So, dass kritisiert ist. Ja, okay, ich habe es erkannt. So, zeig mal hier, Bro. Okay, dann muss es hier auch sein. Jo, okay, gar nicht. Ist stark, Bro. So, zack. Dann ist hier das ganze Linke. Ja. Linke. Oh, Mann, ey, Junge. Ey, was bin ich bitte für ein schlechter Bot. Zack, zack. Okay, jetzt erst mal links. Sehr nice. Bam, 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 bam. Jetzt müssen wir hier uns fokussieren. Und ich glaube, hier... Jo, oh mein Gott, das ist sogar richtig. Sehr stark. So, zack, zack. Oh, hä? Kann ich durch die Wirbelsäule oder was auch immer ist gehen? Oh Gott, Bruder. Das ist echt schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich will jetzt die anderen safe. Oh my Gott, Bro. Oh Gott, ey, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, nein! Ich bin einfach durch dieses Dings. Ey, das kann nicht wahr sein, Bro. Also, so, Junge, was habe ich für einen Anlag hier? Ich habe ja Todesanlag. Okay, war noch ein bisschen easy, muss man sagen. Ich war noch ein bisschen lost. Da habe ich so nach unten geguckt. Okay, was ist das hier denn? Oh, ich glaube, das ist diese riesige Wirbelsäule. Kann das sein? Die sind eigentlich komplett im Körper drin. Und die müsste ich angeblich aus dem ganzen Körper von dem Arzt, der uns hier reingerutscht hat. Beziehungsweise, wie gesagt, wir sollen uns nicht verstecken. Und weil das war auch eine Falle von ihm, ne? Ey, Mann, ey. Der Arzt, Digga. Der Arzt, Junge, der nervt mich ja richtig. So. Okay, das müssen wir jetzt hier machen. Ich glaube, einfach hochklicken, kann das sein? Ja, okay, das hier müssen wir hoch. Zack, und das muss man hier... Oh mein Gott, okay, das ist ein bisschen heftig. Oh Gott, Bruder. Oh mein Gott, ey. Okay, ich werde jetzt einen bestimmten Zeitpunkt erwischen. Und zack. Boah, das leckt ja eigentlich voll. Ist das selber so? Ich glaube schon. Aber mir leckt es gar nicht von der Grafik her. So, okay. Geschafft. So, sehr nice. Oh mein Gott, ich check so... Oh Gott, ey, ist das schwierig. Ich hasse solche... solche... Sachen. Zack. Bam. Bam. Oh mein Gott, Junge, was war das denn? Bro, okay. So eine Idee. Zack, zack. Ja. Mann, Junge, Mann, Alter. Was soll das, Digga? Ey, das ist ja echt schwierig, ne? Zack. Ja, okay, Bro. Ey, Junge, das sind ja acht Jahre da und hier, bis wir das schaffen. Zack. Bam. Okay, Freunde. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Schade, Digga. Schade, schade. Aber, Bro... Ey, Freunde, ich verstehe das nicht, ne? Das ist echt ein bisschen komisch. Okay, der ist da und der Arme... Oh Gott, ey, wenn ich jetzt... Ey, ich hätte mal ohne Rehen versucht. Vielleicht ist das ein großer Unterschied. So, schaffe ich das, Freunde? Ich glaub schon. Oh Gott, Freunde, Freunde, Freunde. Das ist ja mega schlimm. Ey, Junge, ich bekomme gleich ein Anfallchen, ne? Perfekt. Zack. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ist das lächerlich, Boah, ist das lächerlich. Oh mein Gott, was war das hier für eine Kage, jene? Alter. Geht's nicht von oben gekommen? Da müsste ich hier rausflüchten. Ist das hier so ein Ausgang oder so? Bah, Junge, bah. Das sieht ein bisschen auffällig aus. Was ist das hier aus? Warte. Hä, warte, warte, warte. Hä, ist hier kein Ausgang? Hä? Freunde, ich glaube, ein riesiges Problem. Oh mein Gott, ey, Digga. Sag mir nichts. Vielleicht bei den Ecken oder so. Aber was ist das denn? Da können wir nicht hier reingehen. Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Ist echt auf jeden Fall komisch. Hä? Ich hab einen Chat help. Vielleicht helf mir ja jemand. Bro, hä? Ich versteh's nicht. Aber warte, warum sind wir denn hier unten jetzt wieder gelandet? Ist hier keine Treppe oder so? Hä? Ich brauch Hilfe. Junge. Aber freundlich, mal sagen, wenn ihr Bock auf ein paar Zweite habt von diesem Obby oder für mehr solche Obbys und Escapes, lasst Like und Abo da und dann würde ich sagen, bis dann haut rein, euer NSFKS.